ARRIA! 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 NANTO! ARRIA! 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 Yo Freunde was geht ab? Ihr hattet euch gewünscht, dass ich den Step Up in Legends noch fertig mache weil ich ja gerade bei wo bin ich bei 5 glaube ich bei Step Up 5 genau ich bin bei 5 ich würde jetzt 1000 zahlen dann habe ich einen free dann zahle ich wieder 1000 und kriege ein Sparking Ticket genau so war das das heißt wir haben 3 Multis ein Ticket und ja ich hoffe natürlich auf etwas Gutes ich habe ja zwar schon ich habe glaube ich alle Feature Charts aus dem Banner habe ich habe ich habe ich nicht habe ich habe ich habe ich nicht habe ich nicht sorry habe ich ok Goku Black wäre auf jeden Fall ultra nice wenn ich Goku Black kriegen würde das wäre einer den ich in meiner Sammlung noch brauche und unbedingt haben möchte weil ihr wisst ja ich und Goku Black wir sind ja quasi wie Schwestern und ja ich würde jetzt einfach mal anfangen mit dem ersten Multi ich hoffe auf etwas Gutes ich bin übrigens immer noch gefickt von meiner OP und das kriege ich auch noch zu dass ich husten dass es total behindert ich habe jedes Mal abends wenn ich husten muss oder dass mir das alles wieder aufreißt so ok nur drei Raumschiffe ich denke mal der Multi ist mal wieder tot aber das letzte Ticket oder? ahm man darf die Multis nicht so schnell abschreien mal gucken man man weiß nicht vielleicht kommt da ja noch was vielleicht kommt da ja auch eine Super Saiyan 3 Dragonfist Animation kann ja mal passieren aber nein warten wir mal ab Goku hey Cyberman ist natürlich das was ich wollte und Yamichu darf auch nicht fehlen könnte natürlich auch ein 10 Hebo Multi werden ne bei Legends bin ich mir da einfach nicht so sicher irgendwann aber auch über einen weiteren Gotgu-Freundin hätte ich nur auf 5 Star Ranks Cyberman Cyberman ok es war ein Extreme drin ist natürlich ein Superstart aber ich will nicht immer rumheulen wer schreibt mir jetzt ich habe jetzt keine Zeit mehr auf zu schreien so kommen wir zum nächsten Multis der nächste ist free und ja ich hoffe Goku Black Goku Black Goku Black Broly Dupe würde ich mich freuen Godgo Dupe würde ich mich freuen oh es lädt wenn es lädt wenn es unten lädt dann könnte es neuer Char sein also hat mir mal in die Kommentare geschrieben ich glaube es hat gerade nicht lange genug geladen könnte natürlich auch wieder ein toter Multi sein wieder keine coole Animation oder es kommt noch eine nein nur der normale Clash Recume Extreme Style Junior Freezer Ah da ist ein neuer Charger den hatte ich echt noch nicht aber das ist kein Sparking wir wollen die Sparkings oh man das sieht schon wieder sieht schon wieder nach einem Nicht-Sparking-Multi aus oh man oh mani man das ist nicht so cool shit da war ein neuer Char ahhh wir sind schon beim letzten Multi angelangt ey ok wir machen ne gut Summon und also macht jetzt eure Handys bereit euer Nox euer Blue Stacks meinetwegen auch Droid 4x wenn das noch einer benutzt ich werde in die Summon Animation gehen dann werde ich von 3 runterziehen wie du hast du gemeinsam los sind ihr schreibt mir in die Kommentare was ihr gezogen habt es ist egal welches Spiel ob ihr Legends ob ihr Docker Blazing wie auch immer wo ihr jetzt ein Summon machen wollt ob es ein Multi oder Thing ist ist völlig egal aber wenn ihr Bock habt mitzuziehen dann zieht gerne mit Mann alter die Summon die Summots sind grad nicht so lit wenn ich ehrlich bin ich ziehe jetzt runter 3 2 1 go komm schon jetzt gewinnen wenigstens oh bitte Vegeta komm schon oh oh Mann oh Alter was ist los 3 Tote Multis untereinander ist es das was es passiert ist es das wo alles aussieht neuer ja neuer ja noch nicht oh Mann Mann ich glaube der ist tot das Ticket muss es dann raus holen ah shit Alter 3 Tote Multis untereinander das tut weh das tut weh ok jetzt werde ich aber wirklich nicht mehr in dem Banner Summon jetzt habe ich den Step Up nochmal ich habe nochmal ein Step Up mehr gemacht als ich überhaupt vor hatte und ich werde jetzt den Ticket Summon machen und ich hoffe auf was Gutes es wäre schon Ehre wenn was Gutes kommt ja Drang Boy ist halt Sparking garantiert ne aber oh Bardock ah die Animation liebe ich die feiere ich echt wenigstens nochmal eine coole Animation zum Schlussmann das ist auf jeden Fall Ehre ja Freezer wie schmeckt dir das hä wie schmeckt dir das und oh ein Beerus Tube den gibt es ja momentan nur in dem Ticket deswegen nehme ich den auf jeden Fall Alter Fresh man Fresh ich meine momentan ist er noch nicht so stark weil es ja noch nicht so viele Chars mit Godkey gibt ne aber aber es werden sicherlich noch Chars dazukommen auf wenigstens auf jeden Fall nochmal einen Beerus mitgenommen den nehme ich auf jeden Fall gerne gerne an und ja dann war es das vom heutigen Video soweit ich denke also ich hatte vorher die nächsten in den nächsten Tagen noch ein PvP in Legends also PvP Video in Legends zu machen gegen Zuschauer also wer von euch Bock hat da sich bereit zu stellen für PvP Videos und so ne also könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ja ich hoffe dass ich jetzt so schnell wie möglich wieder fit werde weil ich dräng mich wirklich ich dräng mich richtig an nicht zu mischeln und ja dann verabschiede ich mich und wünsche euch soweit einen schönen Tag einen guten Start ans Wochenende aber wenn das Video kommt ist schon Samstag dann ein schönes Wochenende ich bin raus Kuss auf die Nuss Tschüssi Korski